Ist dir das schon mal passiert, dass du dich mit jemandem freuen willst? Du sagst beispielsweise, wow, heute ist aber schönes Wetter. Und dein Gesprächspartner, statt eine Einladung zum Freuen anzunehmen, sagt dann, ja, aber da hinten ist eine Wolke, außerdem soll es morgen regnen. Wo du dann denkst, hallo, ich wollte mich einfach nur mit dir freuen. Das war ein Angebot, dass wir uns beide miteinander freuen können. Ja, sowas passiert öfter. Womit hängt das zusammen, dass jemand sich von Natur aus freuen will und seiner Mitwelt dieses Angebot macht, das aber nicht angenommen wird, sondern im Gegenteil, man findet noch was Schlechtes dabei? Ja, und dann hört man vielleicht noch, du bist halt oberflächlich, du kannst nichts so richtig ernst nehmen und sei doch mal normal oder solche Vorwürfe, die dann kommen. Und dann fragt man sich, bin ich denn überhaupt richtig hier auf dieser Welt? Bin ich richtig mit den Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe? Die Sache ist die, dass man dem näher auf den Grund gehen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seiner Wesenheit stärker nahe kommen kann. Eins dieser Systeme habe ich jetzt kennengelernt und das nennt sich Human Design. Entdeckt wurde es von einem Kanadier, ihr seht den hier auf dem Bild. Und dieser Kanadier war in einer Todesnäher-Erfahrung über einige Zeit lang in einer anderen Dimension, so wie ich das auch kenne von meiner Außerkörperlichkeit. Und dort hat er dieses System kennengelernt und hat es aufgeschrieben. Zunächst wollte er es nicht veröffentlichen und hat gesagt, nein, ich bin kein Lehrer und Systeme haben alle ihre Schwächen und Modelle sind immer nur im bestimmten Rahmen gültig. Nein, will ich nicht. Einige Jahre später hat er sich dann aber doch besonnen. Es gab Schüler in seinem Umfeld, die Experimente mit diesem System gemacht haben und erstaunliche Übereinstimmungen fanden. Und daraufhin gab er dann nach und veröffentlichte das System. Er gab auch Vorträge, zunächst interessierte sich niemand dafür, in Wien war er das erste Mal auf deutschsprachigem Boden und da war genau ein einziger zu dem ersten Vortrag da. Er hat sich nicht beirren lassen und am zweiten Tag waren schon zwei Leute da. Optimistisch, wie er war, sagte er sich, okay, das sind doppelt so viel wie gestern. Er machte weiter, er machte weiter und es gab viele Menschen, die sich dafür interessierten, weil sie in sich feststellten. Da gibt es wirklich viele Übereinstimmungen und jetzt verstehe ich manche Dinge besser. Jetzt verstehe ich mich besser. Jetzt verstehe ich andere Leute in meinem Umfeld besser. Jetzt verstehe ich auch, warum ich mit manchen Menschen gut zurechtkomme und mich mit ihnen verstehen kann und mit einigen überhaupt nicht. Das ist gar nicht die Schuld von irgendjemandem, sondern es hängt damit zusammen, dass man von Geburt aus in bestimmte Konstellationen geboren wird, ähnlich der Astrologie. In diesem System ist aber nicht nur die Astrologie, sondern es ist das I-Ging, was aus der östlichen Philosophie stammt und es ist die Kabbalah mitverarbeitet. Außerdem spielen auch Neutrinos noch eine Rolle und dann sind wir schon im Bereich der Quantenphysik. Dieses ganze System ist sehr, sehr vielschichtig und je tiefer man einsteigt, desto mehr merkt man, welche Beeinflussung dort stattfindet. Wie wir wissen, ist die ganze Welt Klang, Information, Schwingung, egal welchen Begriff ich dafür nehme. Es ist in ständiger Bewegung, es überlagert sich, es beeinflusst sich. Wie gesagt, dieses System habe ich jetzt kennengelernt und es ist kein System im ursprünglichen Sinne, so wird es gemacht und so ist es richtig, sondern es ist sehr flexibel und man braucht auch seine Intuition dafür, wenn man dieses System, so wie es erstmal ausgedruckt wird, an jemanden weitergibt. Das ist genau das, was ich bisher immer ohne System gemacht habe und ich freue mich, dass ich das jetzt kennengelernt habe und ich denke, dass ich intuitiv wusste, was dieses System jetzt zeigt. Nun, ich bin weiter am Erforschen und halte euch auf dem Laufenden. Viele Grüße, eure Valeska.